Oben. Ich werde hier abgeschossen. Hä? So ist einer von uns. Obendrin. Im Container. Mal durchschießen. Oh leu. Ich habe schon meine Dingskasse genommen. Sind da viele? Hier. Links. Ist jetzt ein Sniper. Voller Meinung. Ja. Zwei da. Flasch. Selber auf meinen eigenen Flasch. Also ich komme mit anderen Waffen gar nicht mehr. Sniper. Nicht blocken. Da links kämmt einer hinter der Kiste. M4. M4. Wir nehmen einfach instanten Headshot. Wir gehen mit M4. Hier. Äh. Drüben ist einer. Da habe ich wirklich daneben geschossen. Rechte Seite. Wir gehen aber auch wieder ab. Zwei Nades. Keine Frage. Keine Frage. Keine Frage. Natürlich gibt es mir noch einen Headshot wenn ich da unten bin. Zwei Leute auf der rechte Seite. Oh. Drin rechts geht es raus. Mitte. Und Hunden hat sich mein Sniper geschossen. Oh. 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 Wir haben ja seit gefühlt Mitte 2020 eingeschaltet. Oben Balkon Seite. Äh. Dings. Rehling Seite. Natürlich immer der der oben steht. Mit seiner Oak. Oh. 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 Rechte Seite. Da wird ganz viele bei denen am Sworn. Linke Seite. seite sind zwei sniper da einer ich hab's auch gedrückt ich guck dir oben ins fenster ich verzogen oder ich verzogen ich habe ihn genau angeguckt linke seite linke seite immer noch was denn denn nur es ist noch nicht mehr oben ist auch einer schrecklich treffe gar nichts mehr schrecklich 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 ich bin doch weg schrecklich der rechte seite container das wäre schön geworden hätte ich den auch noch unter dem container einer mit schädlich schrecklich 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 das war jetzt ich habe den weg gemacht die du angeschossen hast oben auf den balkon so gut ja der ist schon oben gewesen what einer ist oben einer ist oben schrecklich Ich bin einfach gegenüber auf den Balkon gerannt und hab jemanden ermessert. Ich hab den auf dem Balkon Headshot gelegt. Unter dem Balkon? Äh, in Richtung Balkon. Ist unter dem Balkon bei uns. Ist da nicht schon her. Oben auf deren Balkon. Hinter der Kiste. Oh, gewonnen! Ich hab Deagle Battle mit Sniper gemacht. Also gegen Sniper. Mit ner Sniper Deagle Battle, ja. Nein. Mal gucken was er kriegt. Ich hab Deagle gegen ner Sniper gemacht. Mit ner Diebe gezogen. Komm, komm, komm. Wieder ne Super June Case. Ja, hab ich auch. Oh, Legendary AWP Garantie Deck. Galactic Garden Deck. Dann machen wir jetzt ein kleines Deck Open. Ja, einmal kurz im Inventar gucken. Legendary die erste, ne? Vendetta Silencer AWP. Raghunov Skin. Heroic. 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 Ich könnte jetzt noch 20 ZG ausgeben, um die umzudrehen. Gelectic MPT 76 Skin. Dann gucken wir uns die mal an, ne? So die MPT finden. Mach mal hier Custom. Also, man hat immer noch die Waffen und so von... Oh ja. Machen Silencer auf die AWP. Okay. Ähm. Aber wann hättet man noch die alten Skins und sowas? Aus Sula Europe. Hä? Verstand da. Bei der Royale wäre. Das hab ich jetzt beim Einloggen gekriegt. Links hier, ne? Atlantis. Kriegt man doch beim Einloggen alles, ne? Von Atlantis. Für die AUG. Ja. Wenn ich das erstmal eingeloggt habe, hab ich alles von Atlantis gekriegt. Sieht nice aus. Äh. Und die AUG kriegt... Ich glaub, ich bin schon einmal... Hab sie schon überblättert, ne? Kann das sein. Jetzt da ist sie. Den Skin. Hab ich gekriegt. Na gut. Den Skin hab ich gekriegt. Das ist eben eine schöne Runde. Ich kann euch nochmal die AUG zeigen. Brab ich die. Die kam doch auch eben gerade hier. Man fang irgendwo, ne? Okay, es ist ziemlich weit hinten, glaube ich. Da. Da kriegt man den... Atlantik-Skin. Den Anhänger. Den Killzähler. Den... Schalldämpfer. Laser. Und... Das Visier. Den kriegt man alle dann. Nur... Du musst den... Die AUG für immer haben. Am besten. Am Anfang hab ich die auch nur für ein paar Tage gekriegt. Ja. Aber man kriegt bei jedem einloggen oder was. Und nach jedem Match kriegt man irgendwas. Und du kriegst halt mehr XP und so und ZP. 70% XP und 35% ZP. Wenn da alles auf ein... Äh... Auf ne Waffe drauf hast. Ja. Wie heißt das? Auf ne Aufsätze. Alle Aufsätze drauf hast. Und am besten alle gleich. Die Epischen. Ja. Alle Epischen. Oder Legendären oder so. Ja. Ja. 1. 2. Ja. 2.